Moin moin und hallo, wenn ihr dieses Video seht, dann ist der schlimmste Super-GAU eingetreten, mein Internet ist verschwunden und das wohl, wie es scheint, bis nächste Woche. Also, wenn man davon ausgeht, dass ich das hier am Samstag aufnehme und morgen am Sonntag veröffentliche, somit mein Internet hoffentlich wieder am Montag oder Dienstag geht, dann kommen wieder normale Videos wohl am Mittwoch. Warum ihr trotzdem dieses Video sehen und hören könnt, das ist meinem kongenialen Coup zu verdanken. Mir ist es durch einen perfiden Plan gelungen, an Fremdinternets bei meinem örtlichen Internet-Dealer am Bahnhof zu einem nicht ganz günstigen Preis zu kommen, um hoffentlich Unmengen an Terabyte durch das Fremdnetz zu YouTube hochzupumpen. Ja, so, der Typ mit dem gefährlich aussehenden Kampfpapagei auf der Schulter wirft mir mit seinem noch vorhandenen ungeaugenklappten Auge einen etwas ärgerlich-argwöhnischen Blick zu. Was wohl heißt, ich soll die Klappe halten und ihm wieder das Internet überlassen? Scheinbar kann man mit Geld wohl doch nicht alles kaufen, vor allem keine fröhliche Freundschaft zu zwielichtigen Gestalten zwischen den schummrigen Schließfächern des beengten Bahnhofs. Was bedeutet das für euch bzw. dich als Zuschauer? Richtig, erst mal ein paar Tage keine Videos, bis mein Internet wieder geht. Ich bin also nicht tot oder höre mit YouTube auf, ich bin einfach nur offline. Apropos offline, ist man heute eigentlich wirklich jemals komplett offline? Weil selbst ich bin jetzt nicht wirklich offline. Ich bin weiterhin mobil im Internet, habe dort nur eben extrem wenig Bandbreite und kann kaum mehr machen als mal eine Webseite aufrufen, einen Fahrplan oder meine E-Mails, sowie ein wenig Chatten, schon das bloße Updaten einer ab, führt unweigerlich zum steilen Pfad der Limitierung und Einschränkung auf unerträglich langsames Internet aus der Steinzeit. Wobei, ich schweife ab und vielleicht war es einfach nur nicht genug Geld für den Piraten da, der gleich wieder feuchtfröhlich in der Bucht nach dem Fangen des Tages angeln möchte. Aber naja, wir sehen uns dann in einem meiner anderen Videos. Und ab Mittwoch also voraussichtlich wieder normale Videos. Dann auch mit einem neuen Actionspiel. Das bleibt mir noch zu sagen, mal sehen, eigentlich nichts. Also, tschööööö.